Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo. Hallo Isi. Hallo Schmink. Da ist aber ganz schön Durchgangsverkehr hier unten. Wieso, was ist los? Rote Ameisen. So, Aufgabe für heute? Eicheln holen und Krähenfedern für eine Armbrust. Richtig, dass wir mal auch ein bisschen besser kämpfen können. Hast du irgendwie ein Web markiert oder sowas? Ne, wir gehen zum Eichelbaum. Ich glaube, den brauchen wir nicht markieren. So. Die habe ich als Erste entdeckt. Na, dann bin ich mit dir. Äh, ist alle. Ich brauche ein paar Pilze. Und der große Eichelbaum da. So. So. Ich brauche eine Axt. Hab ich die nicht mitgenommen? Ja. Ehrlich jetzt? Ja, doch. So, die Eichen sind ja schnell geholt, aber die Krähenfedern... Moment mal, ich hatte doch gerade... Den Saft nehmen wir auch mit, ne? Ich muss aufpassen, nicht zu trinken. Der ganze saft ist im Wasser gefallen. Ich glaube, wenn du in dem Wasser trinkst, in dem schmutzigen Wasser, dann musst du irgendwie länger drücken. Das kannst du nicht aus Versehen machen, das zu trinken. Hast du Durst, hier hängende Tropfen? Eigentlich nicht, ne. Direkt über deinen Kopf? Nö, eigentlich gerade nicht. Hier sind noch welche. Das ist auch immer ein Glückstreffer, ne, was so erwischt, ne? Mal gibt's nur die Schale, also diese Kappe manchmal. Ein, zwei, drei... Also bis jetzt hatte ich immer zwei. Ja, ich habe einmal eins und die Kappe... Denk an die böse Spinne, ne? Haha. So. Da bist du. Siehst du, ich habe nur ein einziges Schalen gekriegt. Äh, ich habe neun. Ne, neun, zehn habe ich. Ich habe gerade mal fünf. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Ja. Entschuldigung. Ich guck von oben. Da ist noch eins. Hier sind noch ein paar. Ich habe... Nein. Was meine ich, alles brauchen. Aber ich habe jetzt einen etwas höheren Punkt gefunden. Ah, du bist schon äh... An dem Flussseiten. An was von der Seite bin ich? An dem... An dem Wasserseiten. Ja, ich komme mal lieber... Und ich bin doch hier bei dir. Ja, ja, aber da kommt die Spinne jetzt. Möglicherweise. Sieht aus, es wird wieder... Äh, da sind die Spinne, die schlafen. Hast du noch was? Ich sehe nichts mehr, nee. Ich habe da hinten irgendeine Markierung. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal irgendwas markiert hatte. Ich weiß es auch nicht. Oh, wenn man mal ein paar Tage nicht... Da ist ne... Da ist die Markierung. Die nehme ich erst mal raus. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, Glühwürmchen. So, habe ich rausgenommen. Es wird dunkel. Ja, super. Ja, super. Äh, lass uns mal... Mal diese Nüsse hier nehmen. Wow, neun Stück habe ich gekriegt. Aber wir haben genug. Ja, jetzt brauchen wir noch Federn. Ja, Federn. Ich glaube, wir müssen zur Ecke gehen. Kann man irgendwie eine Fackel da herstellen? Äh, wisst du was? Hier ist, äh, Limonade. Ja. Äh, Fackel, wenn du mich Rückendeckung gibst. Ja. Wo wollt ihr denn noch? Unter Werkzeug. Da ist er. Ja. Sprossen, Trockengras. Trockengras. Warte mal. Trockengras, Trockengras. Ähm. Habe ich schon gesagt, dass es dunkel ist? Ja. Der ist Licht angegangen. Ich sammle mal hier die Blütenblätter ein. Was ansammeln? Die Blütenblätter. Die Rosenblüten? Ja. Was wirst du damit? Für irgendwas ist es sicher nützlich. Ich weiß nicht. Es ist für alles nützlich. Aber trockene Blätter? So. Sehe ich nicht. Ach du bist das? Mhm. Der hat rote Augen. Ja. Ähm. Der Vorsicht, der Kompass. Spinner. Schlapp. So. Klatsch. So. Da kommt noch einer. Ja. Ja, das geht aber schnell wieder hoch. Gucke mal. Meinst du, es waren nur die beiden? Hier sind... also Sprossen habe ich jetzt. Und hier sind trockene Dingsbums. Mücke angriffen. Oh. Au. Oh, ich bin fast tot. Ich renne weg. Ja. Ich höre die immer noch. Ja, die sind hinter uns noch. Ich bin auch gleich tot. Ich glaube das haben wir noch mal geschafft. Die sind weg. Verbannt. Das sind ganz viele Fliegen. Ich hatte mir doch zu Hause Verbände. Glaubst du, ich kriege den mit dem Boden kaputt? Warte mal, warte mal, warte mal. Erst mal, ich habe mir doch zu Hause noch, bevor wir losgegangen sind, Verbände gemacht. Ich habe jetzt zwei benutzt und habe keinen mehr. Äh, das liegt vielleicht wegen dem Neustart. Ach, dass ich die nicht gemacht habe. Ja. Ja, dann, ja. Okay. Ich dachte, vielleicht könnte man da hoch. Klettern. Bist du bei mir irgendwo? Ne, ich muss Fasern sammeln, damit ich mir Verbände bauen kann. So, 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 so. Da hinten. Wo willst du klettern? Ich versuche mal die Fliege. Aber die sind zu weit weg. Wenn man ein bisschen höher kommen würde. Das ist gut Glück. Und ich will nicht alle meine Feile opfern. Federn. Federn auf die Karte soll irgendwo welche hier sein. Soll ich es markieren? Ja bitte. Wo ist die Markierung? Da. Ich wusste, wir waren schon auf den richtigen Weg, aber die Mücke. Und hier sind wieder Spinne. Boah, sind die das am Schleichen? Ich glaube schon. Können wir da vorbeischleichen? Oh, das ist ein Junior. Die machen mehr Stress als alles anderes. Ja, wir wünschen uns so eine Lücke da in dem Zaun Fing. Der ist noch in Eichel. Ja, lass den Finger weg. Was war das? Bombardier. Okay. Aber, wow. Ne, das ist eine Baumbanz. Ne, das sind Baumbanz weg. Ja. Ja. Mein Gott. Der Blatt war auch nichts erspart. Du bist einfach weggelaufen, ne? Ja. Aber, äh. Die kommt hinterher. Ja. Du rennst Richtung Markierung? Ja. Ich bin direkt hinter dir. Und die Wandse auch? Ja. Hier ist noch eine. Oh. 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 Geh mal hier hoch. Okay. Äh. Ich spawn wieder zu Hause, glaube ich. Äh. Vielleicht kannst du mich retten? Ne, kannst du mich nicht retten. Der krabbelt um meine Nähe. Ja. Okay. Schaffst du oder schaffst du nicht? Also, ich bin in Sicherheit und die Gesundheit klettert wieder. Also, ähm. Ne, ich meine, äh. Soll ich sterben und dann... Zu dir kommen. Ich kann versuchen. Ah ja. Ja. Schnell, 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 schnell. Komm, du schaffst das. Du schaffst das. Nein, weg. Boah. Ich bin wieder tot. Okay. Okay. Ich hab einfach zu wenig Lehm. Okay. Okay. Little help here. Ist das Vieh noch da? Mhm. Ja, das Miss Vieh ist krabbelt direkt neben mir, glaube ich. Nein. Das hat keinen Sinn. Okay. Dann sterben wir und ich schlafe zu Hause. Wir gehen ja morgen. So, jetzt müssen wir uns zu strax wiederholen. Es und schlafen. Ich kann nicht der einzige, der sich schlafen fühlt. Zeit, um die Hände zu treffen. Essen, trinken, warte, warte, warte. Ja, da war was. Der ist genug da am … Tastes good! Nein, ich kann ja wenigstens mal voll. Essen, der ist ja bestimmt noch... Ja das hatte ich hier. Erste Verbände. Kann man nicht genug haben. Habe ich jetzt das Falsche hergestellt? Kann man nicht essen. Ja okay. Okay ich kann das nicht essen diese Space-Brei. Ich nehme mal hier so ein paar Pelsen. Das ist zwar nicht ein Buffet, aber... Hau rein! So, die Rucksäcke. Ich sehe meins. Ich sehe meins auch, aber wir wissen ja wo sie liegen. Das ist das Blöde. Ja es ist aber jetzt tagsüber. Vielleicht sind die nicht so aktiv und man sieht die. Hier gibt es noch ein Aphid. Okay. Okay. Wir sehen ganz schön viel Onkel Ziefer hier. Ach ehrlich mal. Da ist so ein Käfer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Milben ne? Die sind echt nervig. Oh mein Gott. Der ist schon wieder da. Ach lass mich doch in Ruhe. Au! Ich hab's. Und weg. Ja, ich bin auch weg. Ehrlich jetzt? Ich versuche es mal. Oh Gott. Ich hab nur Müllm-Attacke. Könntest du den aus dem Wickel? Ja, ich bin weggelaufen. Treffen wir uns bei der Markierung. Okay. Warte, ich muss die kurz suchen. Wo ist die Markierung? Da. Ja. Also die Bombardier-Käfer, sag ich schon. Ich hab gar nichts getötet. Ich bin einfach gelaufen. Ich weiß, dass ich letztes Mal an dieser Pfütze je irgendwo richtig viele Fehler gesehen. Ich schwimm einfach. Ich hab keine Ahnung, was da... Da ist eigentlich nichts weiter drin. Also ich hab nichts gesehen. Ich bin ja da auch durchgeschwommen. Ich hab keine Ahnung, was da ist, 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 was da ist. Da hatte ich mir mal genug besorgt. Hier sollen die Federn sein. Ja, hier kommen die Tauben auch regelmäßig. Die Tauben, sag ich schon. Vielleicht irgendwie da oben oder so. Ich meine, die Krähe, die kommen auch schon mal hier. Und im Wasser hat die schon. Und im Wasser hat die schon Federn gesehen. Ich bin ein bisschen hochgeklettert. Federn. Ja, Mücke? Mücke. Aber nur eine. Na, Gott sei Dank. Brauche ich ja für mein Schwert reparieren. Ja, komm schon. Stiff! Wo ist die jetzt? Das zählst du nicht mehr. Acht dahin. Wo? Okay. So, eine Mucke schnabel habe ich. Mucke schnabel. Natürlich keine Feder, ne? Weit und breit nicht. Wo wollen wir uns mal so einen Marienkäfer schnappen? Äh, warum? Weil wir werden brauchen, was er besitzt. Ich weiß, die sind süß. Na, du. Warte. Ich habe die... Level 2 Kolonie. Okay. Are you ready? Ist unser Erster, ne? Ja. Na dann. Pass auf, die macht K.O., ne? K.O. So. Okay. Drei Marienkäfer-Teile gekriegt. Da sind Biene. Da oben ist wieder Spinnen. Ach, der... Frieden ist was anderes, aber... Ich hole mal noch, wenn wir schon hier sind. Hast du noch einen Faschirm? Ja. Ich habe meine Axtchen wohl liegen gelassen. Ich glaube, es ist zu Hause. Oh, wie ist das das hier? Ne, das ist das hier. Ich will schon Früchte am Boden liegen. Ja, äh... Das ist uns nicht geglückt, denn... Du bist, äh... Äh... Jo. Kann ich auch nicht sagen. Ja, da. Tja, das ist wohl doch schwierig mit der Feder. Ja, die Feder, die sind eigentlich geschenkt, ne? Wie wäre es, wenn... Ah, gucke mal hier. Ich habe sie gefunden. Ich wusste, ich habe die irgendwo gesehen. Hier oben bin ich. Ja. Ich weiß noch nie, was sie verbraucht, um abzubauen. Axt. Sagt er. Aber eine bessere Axt, als ich sie habe. Shit. Die hast du abzubauen, oder? Die hast du abzubauen, oder? Ich weiß es nicht. Na, wenn du abbauen kannst, dann hast du sie. Ja, ich kann die abbauen. Ja. Ja. Noa. Du weißt, wenn du im Wasser bist... Mach doch, dass du die aufnimmst. Eins habe ich geschnappt. So. Ich habe sie im Stück. Äh, Mücke? Ich komme. Wieder eine Waffe. Oh, das Geräusch von denen, ne? Ja. 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 Oh, mich hat's, äh, hab ich gar nicht gemerkt. Ah, du bist ja hier, ne? Jo. Oh. Äh, ja. Ok, Doktor ist da. Mhm. So. Verbinden. So, Freunde, dann aber doch unsere Tage auf geschafft. Tagsziel geschafft. Ja, wir haben die Schale, wir haben Federn. Hm. Mhm. Sind zwar nur sie, aber... Mmh. Can't waste food. Mmh. Mmh. Can't waste food. Guten Appetit. Sind zwar nur sie, ne, du hast auch noch welche, ne? Ich hab, ja, in dem Moment, wo ich gucken wollte, kamen zwei Stück hab ich. Zwei.